Was ist unsere Mission? Das ist eine gute Frage. Videomarketing ist für uns kein Privileg, das nur für Großunternehmen da ist. Und wir haben uns demzufolge speziell so aufgestellt, dass wir bundesweit mobil produzieren können und das Ganze auch in ein Budget, das auch für kleinere Unternehmen passt. Es ist für uns auch Teil des Jobs, dass wir über den Tellerrand schauen und einfach gucken, dass das, was wir produzieren, hinterher auch funktioniert. Weil das nutzt einem ja als beste Video nichts, wenn die Botschaft dann hinterher nicht da ankommt, wo sie ankommen und auch wirken soll. Warum ist Videomarketing für mich der beste Weg, um Werbung zu machen? Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist für mich der nachhaltigste Weg und der Weg, der am längsten wirkt. Wenn man zum Beispiel eine Printkampagne anschaut, Zeitungsinserate in der Tagespresse, da macht es Puff, nach drei Tagen ist die Wirkung weg spätestens. Und bei einem guten Video, das hat man ewig. Es wirkt lang und es wirkt immer wieder nach. Und das Schöne ist, auch gut, dass Videomarketing muss nicht teurer sein als Printkampagnen. Es ist länger effektiv und ich denke daher wahrscheinlich auch mit die beste Investition. Was mich an meinem Job glücklich macht, ist im Endeffekt eigentlich zum einen die Abwechslung. Und was mich richtig glücklich macht, ist, dass wir doch einige Kunden haben, die über die Jahre mit uns echte Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Und wenn man sich dann überlegt, dass du einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hast, dann macht einen das doch auch stolz. Darf man doch sein, oder?